Da ich gerade vom Joggen komme und dementsprechend aussehe und es hier ja eigentlich nur um die Auslosung geht und jeder von euch natürlich lieber wissen möchte, wer jetzt gewonnen hat, würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an. Das Chewy-Orakel ist hier bereit und darf sich jetzt dann gleich mal die ersten Zettelchen schnappen. Ja, super! Ja, super gemacht! Feiner Hundemann! So, schön! Schlappst du? Auf, auf, auf! Ja, super! Schlappst du? Schlappst du? Schlappst du? Ich hoffe, schlappst du? Schlappst du? Schlappst du? Schlappst du? Ja, super! Schlappst du? Schlappst du? Ja, super! Also, das Chewy-Orakel hat gesprochen und es hat, ich lese nochmal vor, die Malika Heinke-Schmidt, André Midi, Trio of Fun und Hannah Boo für sich entschieden. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben! Es hat so viel Spaß gemacht! Ihr vier, bitte schreibt mich doch entweder auf YouTube, Facebook oder Instagram an und schreibt mir eine Privatnachricht, damit ihr mir einfach auch eure Adresse verraten könnt und ich auch weiß, wohin die Pakete gehen. Das Chewy-Orakel war heute nicht besonders gut drauf, also er hat mehrere Versuche gebraucht, aber trotzdem bin ich super stolz, dass der Bubi das wieder gemacht hat und ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle darüber gefreut. An alle, die jetzt leider nichts gewonnen haben, das tut mir natürlich sehr leid, am liebsten hätte ich einen Gewinn für alle gehabt, aber das wird sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein und wer weiß, wer das nächste Mal gewinnt. Ich hoffe, ihr hattet jetzt viel Spaß bei der kleinen Auslosung und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!